Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video auf Jeffs Lifestyle. Ich bin's euer Jeff und wir sind hier in Karlsruhe. Stimmt's? Ja. Und wir gehen jetzt heute in den Zoo. Es ist schon Mittag, wir waren schon im Fitnessstudio und haben wieder trainiert. Ich wollte das jetzt nicht aufnehmen, weil wir den Brust sozusagen schon aufgenommen haben. Und ja, muss ja nicht zweimal sein. Da ist der Eingang. Sie hat heute Geburtstag und deswegen dachten wir, wir fahren heute in den Zoo. Also hat sie entschieden sozusagen. Ich dachte, ich mach mal mit. Später gehen wir noch woanders hin. Aber das werdet ihr noch sehen. Also viel Spaß. Ich habe noch mal auf den Ballen. Ich habe noch mal auf. Ah, ich habe noch mal. Der Ballen. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020